Liebe Gemeinde, heute viel Freude beim Singen des Chorals EG 105. Erstanden ist der Heilig Christ. Er bringt Jubel in der ersten Strophe zum Ausdruck, dass Christus auferstanden ist und uns von der Schuld und dem Tod befreit hat. Das kommt in der zweiten Strophe meines Erachtens zum Ausdruck. Die letzte Strophe drückt hierfür unseren Dank aus. Ich wünsche eine gute Frühlingsanfangszeit. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020